Jo, da sind wir wieder zurück, Monster Hunter World. Wir müssen noch mit dem Koch reden, bevor wir hier mit der Wildexpertin reden. Und ich glaube, die nächste Quest, die wir kriegen, ist dann schon in Großjahr-Jahr. Oder müssen wir doch die Kestodons zuerst machen? Oh. Da haben wir die Nebenquest. Hey, Partner. Hey, doch, Kestodons, okay. Quests kannst du dir auch von der Quest-Tafel holen. Oh, gut zu wissen. Da gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Wart mal. Wie geht's dir? Ja. Ausrufezeichen, also das Ausrufezeichen, die WLAN-Palten sozusagen. Okay. Ich dachte, vielleicht kann man da dann auch noch ein Nebenquest kriegen. Optional könnte man jetzt sagen, die Pilzsuche. Wir machen aber Aufgaben, dass Kestodon gedönt ist. Was ist das? Was ist das? Lachen. Ich glaube, das ist das an Ja, da müssen wir uns auch essen. Jetzt aufbrechen oder? Ich kann jetzt aufbrechen, gar nicht spielen, nur aufbrechen, okay? Ja, mit dem Essen und allem müssen wir uns wieder reinfinden. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Pestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Genau. So, und jetzt gucken wir nochmal auf der Karte ist jetzt der Weg allangfrei. Ah, da sind sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Schauen wir gleich. Ich würde gerne das Foto-Penon mitnehmen. Und gerne noch ein paar Jakras. Ich würde gerne noch ein paar Mal sehen. Nein, stich doch einfach. Oh, da liegt noch einer. Das war aber jetzt keine große Ausbeute. Na gut. Oh, da fuckelt die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nicht schlecht. Oh. Okay, suchen wir eine andere Gruppe. Sei vorsichtig. Wegen der Kestodons solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere Monster. Beim Jagen können die einheimischen Wesen nützlich sein. Lerne so viel wie möglich über sie. Wehe. Hey, jetzt mach das doch. Wie hat denn der mich jetzt auch gerade erwischt gehabt? Boah, da merkt man echt, was man hier so ein Anfängerschwert noch hat. Wie lang man für die Frau hat. Ich dachte schon mal nebenbei einfach nicht, wenn die inzwischen die Kampffront geraten später. Oh, schön, wie die Vögel hier direkt angeflogen kommen, um es von, äh, her zu fressen. Das Wahn war jetzt nicht drinnen, ne? Oh. Ich weiß, dass viel von dem, was wir jetzt hier sammeln an Knochen-Kuh, relativ schnell obsolet wird, sobald man mal am High-Rank ist. Was gehört jetzt für mich am Anfang irgendwie dazu, das jetzt alles mal mitzunehmen? So, dann gehen wir zurück. Hier. Ja, ne? Kann man Luftangriff auf Monster machen? Man muss, glaube ich... Boah, waren es dreimal? Dreimal einen Angriff auf ein Monster aus der Luft machen, damit man auf ihn aufspringt. Das gibt's in Rise nämlich gar nicht mehr, weil da gibt's das Monster-Reiten komplett. Da hast du so ein, ähm... Huf springen durch Luftangriffe gar nicht mehr drin, ne? Das fand ich an Rise auch am, glaube ich, am schlechtesten. Also ich mochte es nicht mit dem ganzen, ähm... Oh, meine Waffe ist schimpft, deswegen. Ähm... Den Monster-Reiten, das war nicht so mein Ding, muss ich sagen. Das war cool für mich, ich hab natürlich nicht mehr gedacht. Warte, ich hab letztens von Team Darkseid, meine ich was, ein schönes Video gesehen, wie sie den Magna Malus, äh, das Signature-Monster von Monster Hunter Rise, nur mit... ...weifern-Reiten besiegt haben. Jetzt ist leider meine Katze im Visier. Natürlich, jetzt. Hm. Ich musste jetzt aber Klappen unten schleifen. Perfekt. Die waren noch mal das Spezialangriff. Oh, okay, perfekt. Ah, okay. Okay, wir haben noch einen Schwanz erwischt. Haben wir Glück gehabt. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das gefällt mir schon sehr, muss ich sagen, wie hier die Vögel immer angeflogen kommen. Die anderen Leichen sind jetzt weg. Jetzt... Es dürfte ruhig länger liegen bleiben. Das wäre auch sowas, was ich mir für Wilds wünschen würde, dass die Kadaver länger liegen bleiben. Hier. Hm. Schau dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Ah, sieht man es doch, wie er den Schürf ist. Los, los! Verstanden! Also gut, Vater. Unser Waff ist noch geschärft. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Erledige den Großjagrass. Jetzt? Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagrass-Quest später abschließen. Genau. Mit wenig Gesundheit solltest du kein Monster angreifen. Es ist schlauer, dich zuerst zu heilen. Was will er jetzt von mir? Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Hä? Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke. Na ja, der Großjagrass, der treibt sich hier immer in denselben paar Gebieten rum. Dings war jetzt hier sowieso angezeigt, aber... Okay, da war ich zu sehr im Rise drinnen. Hier kann keine Buffs mehr. Wenn wir diese Leuchtkäfer da futsch machen. Ich glaube, Ressourcen sammeln ist glaube ich auch das, was man am wenigsten machen muss, wenn man nach x Jahren in Monster Hunter reingeht. Weil man meistens diverse... Gut, du entdeckst viele Hinweise. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Wie war das Seilkäfer? Mist. Da hat er sich in die andere Richtung gedreht. Da wurde es nichts mit dem Luftangriff. Jetzt nochmal. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Der ist doch gerade direkt unter die Steine. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, um dich daran festzukrallen. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, hab ich die jetzt schon? Ach, die kriege ich erst mit Eisbohren. Oh, wie schnell die Schärfe von der Waffe einfach weg ist. Deine Waffe verliert ihre Schärfe. Geht was, benutze einen Wetzstein. Geht was, benutze einen Wetzstein. Ach, nö. Echt, jetzt musste der zwei Schritte weitergehen. Okidoki, saut ab. Also, wir nehmen hier noch die Fußspuren mit, damit der Forschungsstand höher wird. Ja, der wird in seine Höhle gegangen sein. Oh, da ist er noch gar nicht angekommen. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleudermonster ablenken. Ja, wisst, jetzt hat er was schon. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Pass auf, wenn ein Monster wütig ist. Halte deine Knaue zurück, wo sich die Dinge etwas beruhigt haben. Schnell, jetzt ist das Monster riesig, ich wüsste. Warte, dich für heftige Anwürfe. Achtung, deine Gesundheit ist niedrig. Bleib auf Distanz und wüsste einen Drang. Warte, was hast du? Was? Warum ist da ein Schoko schon rum? Ach, ich nehme gar keinen Schaden. Ja, das Monster ist fast am Ende. Bestimmt, wenn du dich in dein Nest zurückkriegst, um dich zu erholen. Oh, Junge. Ich muss echt auf den Lebensbein halten. Nämlich, wenn man diese Alp ein bisschen hat. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann. Na komm, ich soll da so schlafen legen. Wir schleifen uns die Waffe. Obwohl, mit der Stechkapsel hätten wir ihn jetzt kurz stunnen können. What the fuck? Warum kommst du denn zurück? Okay, gehen wir zurück und erstatten dem alten Mann Bericht. Da hätten wir die Verteidigerwaffe genommen, das wäre so rucki-zucki fertig gewesen. Da hätte man gar keine Herausforderung gehabt. Okay, wo sind wir? Wir sind hier... Gibt es hier nochmal irgendwie Knopf? Okay, jetzt haben wir das. Wir haben noch 20 Sekunden. Ach, war das doch so weit hoch? Na gut. Kriegen wir nichts weiteres. Schade. Wird schön gewesen, noch irgendwie ein Erzvorkommen zu finden? Ich finde es hier auch schöner in World, dass man noch mehrmals auf das Erz schlägt. Nicht nur einmal wie bei Rice. Bei Rice schlägt man immer so einmal truff und weg ist es. Bei den Knochen auch. Ich mag das, dass die noch ein bisschen suchen. Bei den vorherigen Teilen hat das echt ewig gedauert, bis du da, wenn du was gesucht hast, alles bekommen hast. Das hat mir nicht so gefallen. Bei den World haben sie, glaube ich, die goldenen Mitte gefunden. Zwischen, du kriegst instant alles und es dauert ewig. Okay, okay. Du hattest recht. Ein Pukei-Pukei. Ich muss nur ein Gegengift mitnehmen. Seht mal da drüben. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das vom Sura-Magda-Aros stimmt? Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst Bericht erstatten. In Ordnung? So, ich hoffe, wir kriegen ja Großjahr-Krass. Großjahr-Krass, Großjahr-Krass. Haben wir von normalen Jahr-Krass oder irgendwas bekommen? Möchtest du alle Belohnungen nehmen? Nee. Wenn ich alles nehmen sage, möchte ich das nicht. Wer Berlin br Straße climax. Mann. 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 1 Mann. Mann. Also ihr denkt, ihr habt etwas gefunden, das uns zum Sora Magdavos führen könnte? Ich würde ihr sofort Forscher losschicken, aber nicht mit einem wütenden Puke-Puke in der Nähe. Puke-Puke-Gebiet, das liegt ziemlich tief im Wald. Wir werden besser vorbereitet sein. Sobald unsere Mannschaft von der Ressourcenzentrale das Waldlager wieder aufgebaut hat, dann sind wir am Ziel. Bis dahin tun wir alles, um sie bei der Errichtung des Lagers zu unterstützen. An die Arbeit! Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du mit der Jagd auf den Puke-Puke beginnen. Ich frage mich, wo die Ressourcenzentrale ist. Okay, das ist alles zu viel Story nebenbei. Deswegen drücke ich es einfach durch. Oh, du bist so nett zu mir. Bin ich so nett zu dir, das ist aber gut von mir. Also, Fünfer, stimmt es, du wirst uns helfen, das Lager wieder aufzubauen? Das sind ja tolle Nachrichten. Ich hoffe, du bist so gut wie dein Ruf. Wenn ja, haben wir viel für dich zu tun. Schließlich wird in der Kommission vieles studiert. Nicht nur der Drachenälteste, mit wem du hergekommen bist. Es gibt schon genug zu tun, um die Basis instand zu halten und zu verbessern. Ohne ein Hauptquartier kann man nichts studieren. Die Ressourcenzentrale hier ist dafür verantwortlich, die Arbeit aufzuteilen und sicherzustellen, dass sie erledigt wird. Zurück zum Geschäft. Deine Aufgabe ist es, ein Lager aufzubauen. Geh auf eine Expedition in den uralten Wald, finde einen passenden Lagerplatz und sorge dafür, dass er sicher ist. Wenn die Monster beschlossen haben, es sich an deinem Ort ermöglicht zu machen, musst du sie davon jagen. Enttäusch mich nicht. Verstanden? Der Beutezug ist zum Etablieren des Lagers. Bei denen hier hast du unter anderem Beutezüge. Die tut man automatisch nebenbei miterfüllen. Man kann die hier auswählen. Da muss man Monster fangen. Kleine Monster töten. Das macht man nebenbei immer ganz gerne. Forschung, uralter Wald. Schließe drei Quests uralten Wald. Ach ne, warum nicht? Weltforschung, Knochenhaufen, jawohl. Pilze können wir genauso mitnehmen. Weltforschung. Ja, gut. Wir haben im Moment gar nicht so viel Auswahl, weil wir freie Plätze haben. Aber da wir ein großes Monster nicht fangen. Obwohl, wollen wir den Poké-Poké fangen? Können wir uns ja versuchen. Dann müssen wir aber trotzdem uns was besorgen. In den Beutel. Gegengift haben wir. Wir brauchen keine Fassbomben. Wir brauchen nicht nur ein Fallengerät, aber das brauchen wir auf jeden Fall. Keine Beruhigungs-Poké zu kaufen? Du kannst dich auf eine Expedition begeben, in die du einfach durch das Tor gehst. Oder du kannst die Weltkarte benutzen, wie es für dich am einfachsten ist. Okay, shit. Mhm. Soviel dazu. Wir brauchen noch ein Spinnennetz, damit wir daraus eine Falle basteln können. Ich glaube doch irgendwie schnell verstorben. Er hat zwei. Nullbärre behalten wir. Ein Limpelz wird zur Herstellung von Beruhigungsbomben verwendet. Das ist doch schon mal gut. Das Fleisch weg. Bäre Fiole weg. So, Herstellungsliste. Lass mal grad gucken. Falkrobel. Dafür brauchen wir ein Netz. Für ein Netz brauchen wir Efeu und Spinnennetz. Okay. Und Beruhigungsbombe. Den Limpelz haben wir. Schlafkraut müssen wir noch finden. Ja gut, vielleicht finden wir das alles noch über Altenwald. Aber da die erste Mission sowieso erstmal nur das Lager ist. Gut, dich zu sehen. Das ist wahrscheinlich erstmal vollkommen egal. Gut. Na, dann gehen wir essen und gehen los. Und dann ziemlich sicher da wird mehr sein als einfach nur Lager finden. jetzt gerade sind wir in Asteria. Wenn du zu einer Expedition aufbrechen möchtest, öffne deine Weltkarte und wähle ein Ziel. Für diese Expedition müssen wir zum uralten Wald gehen. Je tiefer wir in die neue Welt vordringen, desto mehr Expeditionen können wir starten. Eine gute Motivation, oder? Okay, los geht's. Oh, ich weiß, beim ersten Mal habe ich ewig das Lager gesucht. Mal gucken, ob wir es schnell wiederfinden. Nichts, lass uns nach dem Lager suchen. Wir kriegen nichts, alles klar. um mich zu finden. Wenn du die Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Bin ich gerade gefüllt? Oder ist das jetzt noch nicht freigeschaltet, der Weg? Noch nicht freigeschaltet, ne? Na, okay. Halt nicht. Ne, ich bin falsch gegangen. Hier links. Ich dachte, es wäre genau entgegengesetzt gewesen. Hier drüben. Hallo. Oh. Geht um die Eingeborenen, die in den Gebieten leben. Denk ich. Ich hätte am Anfang nicht wegklicken sollen, sondern zuerst lesen. Gekritzel, gekritzel, gekritzel von den Eingeborenen. Hier haben wir auch einen seltenen Pilzstamm oder einzigartigen Pilzstamm. Pilzkolonie. So, das Fangnetz. Oh. Seltener Käfer. Hängt immer an dem Stamm, sozusagen, wenn du in das Gebiet reingehst. Ich meine, wir können jetzt hier buff. Die Ameisen fangen. Wir können eigentlich jetzt, wenn wir schon auf Expedition sind, auch schon mal Käfer mitfangen. Wir haben schön Forschungspunkte. Hier hatten wir irgendwo eine Kröte. Die konnte man, meine ich, auch mit dem Netz einfangen. Wow. Jetzt. Hm. Lehmkröte. Die kann man gut hauen. Da muss man aber auch wegspringen danach. Wenn ein Monster drunter ist. Dann lehnt man ein Monster. Wird später garantiert mit einem Anjanath hier im Gebiet. Passieren. Hier gehen wir rein. Hier kriegen wir ein Netz, nämlich. Links, rechts, wo waren die? Da waren fett Spinnennetze irgendwo. Ah, hier. Aber die hängen auch ein bisschen im Gebiet. Oh. Waldgecko Grottenfledermas Grottenfledermas Die kann man später in seinem eigenen Zimmer alle als Dekoobjekte sozusagen hinhängen Wobei hinhängen das falsche Wort ist Die sind immer noch lebendig Okay, so Jetzt haben wir die Spinnennetze, weshalb ich in die Höhle rein bin Der Efeu, der ist an Wasserquellen Oh, der ist da ein Janat Mit dem legen wir uns jetzt mal nicht an Wobei das schon witzig wäre Es gibt ja auch kein Zeitlimit Hm, hm, hm Nee, nee, komm, wir lassen's Warte, die Vögel können wir auch fangen Shit Das Netz fliegt nicht weit genug Ach, shit Oh Oh Jetzt war die Frage hier Links war nix, meine ich Das war nur ne Sackgasse Das ist ja interessant Wir sollten allen in der Ressourcenzentrale davon berichten, wenn wir zurück sind Warte mal, warte mal Ich erinnere mich grad dunkel ran Erst wenn wir hier rechts hoch gehen noch mal ne Spur finden von den Ähm, Eingeborenen, meine ich Und ein Lager Und ein Lager Das hier ist ein Lager So Und noch ein Stück weiter rechts Und da meine ich Wann irgendwo Hey Oh, ich irre mich Ich irre mich Schade Naja, immerhin das Lager Und das andere Lager ist ein bisschen hier im Dschungel Ich glaube, ich bin schon irgendwo falsch abgehoben Ich glaube, ich bin schon irgendwo falsch abgehoben Wir sind, wir sind auf dem richtigen Weg Oben ist ein Dings, ein Knochen-Skelett Hier ist der Schlafplatz vom Pukki Pukki Okay So, jetzt frage ich mich, war das links oder rechts? Ich glaube hier rechts Okay Ich weiß, wo wir noch mehr gekritzelt herkriegen Wart mal Hier war der Stamm, ne? Das war So Und wenn wir hier nämlich entlang gehen Oh Enten bin ich noch ein bisschen gekritzelt von den Ureinwohnern Hier drüben! Achso, da der Anjanath, ja Das ist schon cool, wenn du hier oben bist Und der unten drunter rumläuft und du hörst dieses Stampfen von dem Da kriegt man so richtige Jurassic Park-Vibes Hier kriegt man so richtige Jurassic Park-Vibes Und Irgendwo hier war das Das ist auch so schnell Zinfarkast Und Das ist doch einfach so cool! Das ist das Hm, vielleicht irre ich mich auch gerade wieder. Hey, da ist es doch, oder? Das war's. Ja. Ja, der Kurujaku. Der Mistkerl für scharfe Schwerter. Der hält viel zu gerne einen Stein in der Hand. Wie die Waffe so schnell springt. Wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah, ja. Haben wir also schon mal das Gebiet gefunden? Dann machen wir jetzt einen Kurujaku. Um von einer Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Asthira aus. Hier raus. Ähm, ich glaube, wir sagen jetzt auch mal dem Netz an. Jö. Der Trank. Man kann natürlich jetzt auch zurück in das Dorf gehen. Und, äh, quasi nochmal die Quest auswählen, um den Kurujaku zu jagen. Dann kriegt man nochmal ein paar Heiltränke und ein bisschen Ration. Was du halt jetzt nicht hast, weil du hier auf der Expedition bist. Ist dann aber auch wieder an die dreimal Ohnmächtigwerden, äh, Regel gebunden. Sprich, beim dritten Mal Ohnmächtigwerden ist die Mission gescheitert. Mist. Da ist er jetzt raus aus dem Gebiet. Oh, er griebt nicht zuerst mit dem Stein aus. Oh, er griebt nicht zuerst. Oh, er griebt nicht zuerst. Och, du Mist, Kinn. Bitte, bitte, bitte. Nein. Das hat viel zu lange gebraucht. Oh, er griebt nicht zuerst. Los, lauf du, ich vergifte dich. Ach, jetzt hab ich auswählen, den Trinknuch. Ja, der steht jetzt schon echt lange in der Giftkürze. Ist er veröffnet? Okay, hold up. So. Gucken wir mal. Nein, ich wollte, dass das ja weiter in die Dings hier kommt. Oh, da schließt aber doof. Habe ich den Kröte nicht erwischt? Das wollte ich doch gar nicht, ich will. Genau, so. Das gibt's doch nicht. Das ist ein Mistkerl. Haut das schon wieder ab. So, wo ist er lang? Okay, hier. Jawohl, du bist auf dem Monster. Jetzt kannst du's zu Fall bringen. Oh, sehr gut. Er hat's gegen den Baum gemacht mit dem Baum. Natürlich kommt der Kroos dir alles jetzt noch. Wie lange ich ran bin? Bin du dann nicht immer so lang an dem? Das find ich jetzt gut. Okay, es ist am Boden. Jetzt kannst du ran und besser leben. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank, wenigstens Anteil mäßig noch hin. Na gut, der Rumpel, er ist jetzt gleich stark. Kannst aber noch mal gucken, ob hier, ähm... Ne, der hat keine Monster-Teile abgeworfen. Schau. Oh, für den Kroos Yagras fehlt nicht mehr viel, dass es voll ist. Oh, für den Kroos Yagras fehlt nicht mehr viel, dass es voll ist. Alter, wie die vier rumfliegen hier. Oh, Kroos Yagras voll. Ist da der Kroos Yagras? Ich bin voll in die falsche Richtung gegangen. Ob wir gegen den jetzt kämpfen? Wir haben ja kaum angehauen, grad eben. Wie mache ich denn das jetzt nochmal, dass ich... Die Karte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. So, wie schieße ich jetzt hier unsere Spähkäfer los? Hm. Oh, da steht hier gar nicht mit drin in der Grundsteuerung. Ich dachte, man konnte die irgendwie sagen, äh, wie so eine Art Navi. Ich schieße die los und ich bin... Ich krieg sozusagen einen Weg angezeigt. Boah, zum Glück sind die in den meisten Fällen trottelig. Aber immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, dann erwischen sie einen wirklich. Weiche den Angriffen aus. Solche Treffer möchtest du nicht einstecken. Ach, guck mal da. Jetzt wird hier aber... ...art gezeigt, wo es lang geht. Müssen wir in der Nähe sein, damit er das macht? Das sind so die Kleinigkeiten, die man wieder voll vergisst, wenn man das Spiel lange liegen lässt. Uh, ich hoffe, wir können unsere Eisenwaffe danach upgraden. ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? Der ist so K.O., der es gewinnt schon lange. Nein, schade. Deswegen haste ich den Stein. Nein, der hüpft da dran vorbei, das gibt's doch nicht. Das E-Foi haben wir jetzt aber immer noch nicht gefunden. Okay, gegritzel. Okay. So, meinte wir finden E-Foi noch. Ach, das müssten wir doch jetzt mal ganz schnell hinkriegen, dass wir irgendwie an eine Wasserquelle mal gehen und da ein bisschen um uns umgucken. Da ist der E-Foi eigentlich nicht direkt bloß gekritzelt. Da ist gekritzelt. Ähm, direkt am Anfang E-Foi finden. Ich mein, da ist so viel Wasser. Bei den Helmen könnten wir jetzt eigentlich hier nochmal... Kleine Monster töten haben wir echt... Ach, wir haben nichts getötet, ne, seitdem wir hier sind in der Expedition. Das passiert später auch einfach ganz gern beiläufig, dass die Kleinen einfach mitten im Kampf irgendwo mit drin sind. Und dann einfach sterben. Ach stimmt, hier war das andere Lager. Genau. Genau. Was ist das? So, hier können wir noch nicht weiter, das ist ein verstecktes Gebiet, das muss ein Monster kaputt machen. Und mit verstecktem Gebiet meine ich da so ein kleiner Bereich, der frei, ähm, ja ich sag mal schaltbar ist, wo man dann, ähm, ach Gott, was findet man da irgendwie, sowas wie eine einzigartige Pilzkolonie, gibt es dahinter dann? Guck mal, hier ist Wasser, finden wir hier also auch Efeu. Guck mal, hier ist Wasser. Ja, das ist der Kurs, ja Kurs, ich schaue. Wir gucken jetzt am Anfangsgebiet noch mal, ob wir hier jetzt vielleicht, ähm, ein bisschen Efeu finden. Damit ist die Mission abgeschlossen. Wir können die Karte nutzen, um zurückzukehren, sobald du soweit bist. Mh, ist mir bewusst. Oh. Losfahren. Ich dachte, das wär einfach blau gewesen. Oh, da frisst er gerade. Oh, das muss so schlimm sein. In der Tierwelt gibt's einfach, ich glaub der Komodo-Waran macht das genauso. Guck mal vor, du wirst beim lebendigen Leib einfach runtergeschluckt. Das muss so grausam sein. Dann liegst du da in dem Magen von dem Ding drin und wirst zersetzt. Kann ich ja nur hoffen, dass man rechtzeitig erstickt, bevor es richtig schmerzhaft wird. Ich glaub, ich hab die Fische jetzt verscheuscht, die hier drinnen sind, ne? Du musst nämlich nicht unbedingt die Angel verwenden. Du kannst nämlich auch das Netz einfach nehmen. Dafür musst du aber auch die Fische sehen. Tja. Gut, dann gehen wir mal zurück. Also Efeu haben wir jetzt nicht gefunden, das ist ein bisschen schade. Ah, erwischt. Immerhin das. Dich nehmen wir noch mit. Von Expedition zurückkehren. Natürlich kaum Belohnungen, weil es eine Expedition war. Ausgezeichnet. ich habe was besonderes nur für dich ich rede in den lagerplatz ja noch ein haufen pilze damit das lager aufgebaut wird will der was haben von uns der will eisen alte knochen und so damit ist jetzt das andere lager was wir auch gefunden haben aufgebaut das hier furchtungspunkte megatrank dafür belohnung gewürfeltes steak neue zutat jetzt verfügbar haben wir zum glück gehabt und das sind sozusagen jagdmissionen mit extra belohnung können wir alles mal gerade lassen wir gehen jetzt noch hier hin und ist der blut aktualisiert wir nämlich jetzt hier reingucken und sehen okay der hat jetzt so und so viel äh forschungsstufe und dann können wir hier physiologie sehen wir ein bisschen was rechts gegen welche elemente oder anormalen status sind sie empfindlich was ist kaputt machbar an den monstern also da kann man dann quasi seine angriff darauf fokussieren hier der zum beispiel der kopf und klauen vorne das bringt also bei demnächst hinten um den schwanz zu hauen um irgendwie extra materialien zu kriegen bei denen haben wir halt noch gar nichts rausgefunden und deswegen sammeln wir halt diese ganzen spuren ein so das haben wir noch nicht freigeschaltet hier können wir später pflanzen und käfer züchten lassen jetzt gehen wir zum spät und gucken mal ab wegen der wust da bist du ja fünfer keine panik so kestodon set theoretisch ja krass set da sieht man schon wir haben nicht daheim ja nicht genug materialien um irgendwas zu basteln jetzt aus dem zeug das event läuft nur auf 19 tage aber wir können uns den helmen machen von dem jakra set weil wahrscheinlich hier vom knochen set das besser wäre ne was haben wir denn hier schleuderkapazität tarnung spürhund bildspießmeister ich glaube es eher besser gilt es den angriffsboost und die gesundheitsboost mitzunehmen das mal gucken fähigkeiten wenn man eins ausgerüstet hat angriff bloß hier schleuderkapazitäten muss ich nicht unbedingt haben lehmer hornmeister und entomologe negativ wahrscheinlichkeit dass ein kadaver zurückbleibt ach das ist für die kleinen insekten es gibt ein paar quest da muss man insekten zerhauen ähm und von deren kadaver ernten da ist das dann ganz nützlich aber das ist eher die ausnahme so dann wird auch hier schon mal ein bisschen ausgestattet ausgestattet schwieriges wort okay da fehlt uns äh kriegen wir erst in der wüste so ein Mist die nächste stufe wäre dann kuruyaku okay schade schade kriegen wir also noch nichts weiter hin okidoki der paliko braucht jetzt auch noch nicht mehr das machen wir erst wenn wir am ende vom ähm ich sag mal low ranks sind so rede mit dem kommandanten der ist natürlich unten der hat ja auch wieder diese balken ja ok damit haben wir es wir positionieren uns jetzt nur vom kommandanten danach ist äh ja was heißt danach also nach dem positionieren ist Schluss für heute wir spielen morgen weiter und oh da ist der kommandant hier bin ich sehen schon eigentlich ganz dufte aus und dann würde ich sagen schön dass ihr dabei wart ich bin auf jeden fall die nächste zeit also Monster Hunter World mal gucken wie weit wir kommen und dann hoffe ich dass wir vielleicht auch auf das Ende in Iceborne stoßen aber das ist Zukunftsmusik wir werden sehen wie weit wir kommen bin erstmal gehypt hab erstmal Bock Monster Hunter World zu spielen und dann würde ich sagen dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Bye Bye und dann bis zum nächsten Mal und dann bis zum nächsten Mal Antwort . Hier